Guten Tag, wir haben eine Präsentation über Sommerurlaub. Wir haben eine Pauschalreise zu Bora Bora. Wann? Für 20 Juni bis 10 Juli 2013. Die Pauschalreise kostet 2000 Euro. Wir kommen von noch in die vier Strasse. Wir haben eine Halbpläge. Wir möchten die Bar und den Pool besuchen. Hotel und die Hüte sind über dem Meer und in der Nähe vom Zentrum. Wir bitten eventuell nach einer Pauschalreise an. Viele Informationen bis www.ypsi.com Auf Wiedersehen. Die Reise um die Welt mit dem Ballon. Wenn du das Abenteuer erleben möchtest, dann kommst mit unserem Reisenbüro nach dem Ausflug. Ausflug! Das ist in den Ferien und das ist für zwei Monate. Das kostet 139 Euro. Und was kann man hier machen? Unsere Reisebüro bietet dir Bungee Jumping aus dem Ballonarm. Das macht wirklich Spaß. Spaß! Spaß! Ja, Spaß! Wenn der... Aber! Aber! Wenn der Seil nicht funktioniert, dann hast du... Fech! Man kann hier Skifahren im Sand und Meer fahren. Und dann... Und dann... Unser Reisenbüro fliegt über Norden Korea. Wow, das ist schön! Das ist natürlich spannend, weil das mit dem amerikanischen Ballon ist. Ja! Amerikanu! Amerikanu! Papapanikanu! Ja, dann bietet unser Reisenbüro den Ausstieg auf Mont Everest. Mont Everest! Mont Everest! Und dann Ronald aus Everest! Ja! Ja! Ja, das Essen ist im Preis. Aber... Für den Bricker haften wir nicht. Ja! Tschüss! Kommt mit uns! Ciao! Tschüss, Papa! Wir haben die Exkursion in Schokoladefabrik von Willy Wonka. Willy Wonka? Willy Wonka! Willy Wonka! Willy Wonka! Klinge! Klinge! � porn! Nur bei uns sehen wir ein... eh階... den... der... in einem Garten, wo man man alle essen kann. Oh nein. Ja, alle essen. Das Gras, die Bäume... einige Vogel. Wir haben in diesem Garten... ein Shokoflusszig... Shokofluss?! Ja, und Schokoflou... Und eure Fabriken sind Oompa Loompas. Oompa Loompas? Wo ist das? Oompa Loompas sind kleine Männer, die tanzen und singen und so weiter. Und wann? Wann? Am 1. Februar 2014. Nur für einen Tag, aber das wird der beste Tag in eurem Leben sein. Und was kostet die? Nur 1.000 Euro. Nur? Ja, oder der Goldgustig. So, das ist alles. Auf Wiedersehen.